Okay, ich fahr jetzt die Spirale zurück, aber ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, ey. Wahrscheinlich kommt der Flick, oder? Und dann gleich irgendwann rausflicken da oben. Da siehst du einen Ballrad über dem Kreis, wo du gleich reinfährst wieder. Uuh! Uuh! Ich hab's geschafft. Sehr gut! Kommt das ein Punkt? Bitte lass ich irgendwo einen festen Punkt sein jetzt. Wenn du Spiralen hochfährst, dann kommt bald der Punkt, Deko. Ja, das mach ich gerade. Kommt dann ein Weitsprung, muss ich da langsam... Oh! Oh! Nein, Anime-Fan! Nein, du bist so ein Bast... Nein! Nein, Digga! Ich wurde gerade getrüppeltrollt, Alter! Was?! Nein! Ich weiß genau, woher ich angefangen bin. Was ist denn los? Digga, du kommst die Spirale hoch, da ist die Plattform mit dem Punkt und da ist ein Speed. Ich bin in den Speed reingefahren, wurde weggepimmelt. Hab gerespawned und genau im letzten Moment vom Respawn merke ich, ich lande auf einer unsichtbaren Plattform und ich hätte einfach weiterbleiben können. Richtig! Nein! Ich hab aber gerade in dem Moment gerespawned. Oh! Digga! Ey, sehr froh, dass du das Wissen jetzt hast und den... Oh, Junge! Ey! Oh! Warte, ich mein' das... Oh, danke, Muchachos! Ihr habt gerade meine Nüsse zerquenzt, Alter! Oh! 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 Nein nicht einfach! Nein! Nein! Ja das hair... Nein! Nein! Ich hab keine Oliver Unde zu procke, tarshop,じゃあ schon glue? Nein! Nein, nö pup! Vielen Dank.